Nur mal so zur Einordnung, naja, eigentlich habe ich jetzt auch heute nicht so viel Zeit, mich mit Tiny Hexit auseinanderzusetzen, das Problem ist, dass ich hier schon wieder seit einem Monat fast nicht gewesen bin, ne, sogar länger, ne, da ist es doch klar, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann und ich eigentlich erst mal Zeit bräuchte, wieder reinzufinden, das würde ich auch angehen im nächsten Livestream, aber ich denke, den mache ich nicht heute direkt, sondern ich würde noch eine Infinity Folge aufnehmen, die wieder hauptsächlich aus einer Timelapse bestehen wird, allerdings ohne Kommentar, denn sonst würde ich auch das Mikrofon von meinem neuen Laptop nutzen müssen, also ich kann halt gerade nicht auf meinen alten Laptop zugreifen, es ist sowieso ein unhaltbarer Zustand, dass ich nur über meinen alten Laptop mein Mikrofon anschließen kann, ohne Witz, das riecht mich übelst auf, ich will doch auch hier, wenn ich schon zocke und so weiter, Tiny Man habe ich ja auch schon ordentlich aufgenommen, einige Folgen, natürlich an dem Gerät gleichzeitig die Tonspur aufnehmen können, das kann ich mir doch nicht nehmen lassen, naja, aber in Infinity ist es jedenfalls jetzt so, dass ich ohnehin vor einiger Zeit schon so ein Video gemacht habe, was nur am Anfang oder, naja, da noch bis ungefähr nach der Hälfte entsprechend mit Moderation war und dann nicht mehr, jetzt ist das ganze Gewicht nochmal ein bisschen verschoben, dass wirklich nur die erste Minute oder so mit Kommentar ist noch aus Szenen der letzten Aufnahme und dann geht es mit der Timelapse bereits los, aber dafür haben wir mal wieder eine vierfache Geschwindigkeit auch, würde ich sagen, und ich weiß noch nicht, wahrscheinlich werde ich eher am Anfang des Videos dazu noch einen kurzen Text einblenden, damit ihr auch entsprechend Bescheid wisst und nicht dieses Video hier gesehen haben müsst, um das Ganze zu erfahren, naja, danach sollte es hoffentlich irgendwann mal wieder in geordnete Bahnen übergehen, dass ich so eine Aufnahmesession mache, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, drei Folgen erstmal normal zocke, weißt du, hintereinander weg, oder auch zwischendurch einen Livestream mache, jedenfalls dann eine Timelapse oder so, weißt du, immer schön mit Abwechslungen zwischendrin, ich denke, das ist doch der beste Weg, und das hatte ich ja im Prinzip auch Anfang Juni gemacht, gell, obwohl ich dann später schon wieder gedacht habe, naja, eigentlich ist das doch nicht so gewesen, aber genau so würde ich mir das vorstellen, im besten Fall natürlich mit so vielen Folgen wie möglich hintereinander, aber, naja, man kann sich jetzt auch nicht übernehmen, und vor allem brauche ich erstmal die Ideen dafür, jetzt habe ich zwar noch ein paar Themen übrig, die ich einstreuen kann, aber auch nicht unendlich viele, und da muss ich halt schauen, wie ich das Ganze wieder manage, alter, und wir sind schon bei 20 Minuten, das gibt's doch nicht, da habe ich jetzt mit der Rohaufnahme überhaupt nicht mehr aufgepasst, was die Zeit angeht, aber gut, das hat ja vielleicht auch positive Seiten, ich will nur nicht hier noch irgendwie Material übrig haben, denn mit der Soundqualität möchte ich euch das zu einem späteren Zeitpunkt eigentlich nicht nochmal anbieten, also, ich versuche schon drauf zu achten, dass das wirklich eine Ausnahme bleibt, und naja, jetzt konntet ihr euch halt mal ein Bild davon machen, ansonsten verabschiede ich mich, danke fürs Zusehen, jetzt ist es nur leider nicht so spannend gewesen, wie ich mir erhofft hatte, naja, aber es ist ja klar, dass man erstmal wieder reinfinden muss, und am besten gucke ich mir bis zur nächsten Folge auch nochmal den letzten Livestream an, um zu erfahren, was nun wichtig ist, zusammenzufassen, und dann kann ich ja auch schon wieder die neuen Sachen zeigen, hoffentlich, aus einem Livestream- oder Timelapse-mäßig, weiß ich noch nicht, wie ich das dann aufziehe, wir hätten ja hier oben noch was zu tun, zum Beispiel, aber gut, bevor ich mich jetzt wieder verquatsche, sage ich wirklich Tschüss und bis dann. Übrigens nutze ich auch hier natürlich die Slabs, um Material zu sparen, außer außen, da braucht man ja so eine Kante, wenn man hier dahinter guckt, soll nicht erkenntlich sein, dass es sich hier die ganze Zeit um die Stufen handelt, gell, denn das wird dann wieder so offen gestaltet, dass hier nur ein Zaun hinkommt, und dann kann man theoretisch hier rüber irgendwie durch ein Zauntor. Was auch noch interessant wäre, dann da oben irgendwo Lampen anzubringen, nicht nur normale Fackeln, sondern richtige, dass das alles etwas realistischer gestaltet wird. Ich weiß ja nicht, ob man Seelaternen herbekommen, das wäre eigentlich sehr interessant dafür, denn die passen perfekt für solche Neonröhren oder ähnliches, ne. Das findet man ja immer mal in derartigen Treppenhäusern vor, ansonsten auch ein Feuerlöscher oder was weiß ich, wäre gern gesehen oder so, weißt du, dass man ein bisschen Variation hat und das nicht nur nach einem langweiligen Gang aussieht, denn davon gibt es genug in verschiedenen Häusern, weißt du, man muss eben immer nach Deko gucken. Und ich versuche auch, das nochmal weiterzuentwickeln, was ich bereits in TinyCA 10 schon entworfen hatte. Also da habe ich ja eh auf andere Maße einerseits zurückgegriffen, andererseits auch auf andere Ideen zum Teil. Naja, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Naja, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Naja, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020